Dieses wunderbare Vacu-Steak-Sandwich soll ganze 42 Dollar gekostet haben. Formel-1-Fans wurden in Miami so richtig abgezockt. Doch das ist erst der Anfang. Wie wir alle wissen, war die Formel-1 in Miami. Für Formel-1-Fans war das aber nichts für schwache Nerven, denn wer Hunger bekam, für den wurde es so richtig teuer. Der Influencer Peter McCormick hat nämlich ein Bild gepostet, auf dem ein labbriges Brot mit etwas Schinken zu sehen ist. Das Ganze soll 42 Dollar, 42 Dollar gekostet haben. Das sind ungefähr 38 Euro. Aber es geht noch weiter. Ein anderer Influencer, genauer gesagt John Sheff, hat ein Foto von einer Speisekarte gepostet. Ein Wassermelon-Tomathio-Salat für schlappe 250 Dollar, Empanadas für 350 Dollar. Das Ganze aber natürlich für vier Personen, sonst wäre das ja total krank. Ganz unten auf der Speisekarte gibt es sogar Eis für 245 Dollar. Was für ein Schnapper. Wenn man dann so tief in seine Tasche gegriffen hat, konnte man seine Köstlichkeit je nach Sitzplatz sogar mit Aussicht auf den Fake-Yachthafen genießen. Ein Traum. Und wenn das wirklich als Wack-Your-Steak-Sandwich verkauft wurde, dann mache ich mir sowieso schon Sorgen.